Auf dem Boden der Tatsachen. Volle Synchronisation erreicht. Gar kein Problem. Ein Ziel erfassen. Ja, danke. Dann bin ich ja schon zufrieden. Mehr wollte ich doch gar nicht. So, was haben wir noch Schönes zu erledigen? Sehr, sehr viele Steckbriefe. Die Flagge lasse ich mal hier hängen. Ach, ich wollte ja zum Taubenschlag schon im letzten Part... Ach komm, hol ich mir die Flagge gerade. Stimmt, ich wollte Anfang des letzten Parts wollte ich schon zum Taubenschlag und meinen Assassinen-Rekruten-Aufträge erteilen. Ich muss auch wieder einen Borgerturm erobern um weitere Rekruten anwerben zu können. Ich kann echt nicht abschätzen. Ich glaube, es ist auch jetzt zu diesem Zeitpunkt noch schwierig. Wie lange das noch geht als Spiel. Ob ich jetzt schon die Hälfte habe oder noch nicht ganz die Hälfte oder... Ich weiß es gar nicht. Das ist echt schwierig. Man ist noch eine Menge zu erledigen. Und ich habe auch eine Menge noch vor, die nicht unbedingt wichtig ist, aber die ich machen möchte. Banketta nehmen, wurde erfolgreich abgeschlossen. Die Carlotta ist jetzt Stufe 2. Warnung überbringen. Annetta ist Stufe 3. Verräter verhandeln. Feind meines Feindes. Die Adele ist Stufe 5. Die Fabiola ist Stufe 5. Und wir haben die... Ach, die haben wir noch gar nicht... Ach du Scheiße. Noch gar nicht eingeweiht quasi. Wow, okay. Das war jetzt echt viel. Rüstung natürlich. Mein Lieblings-Assassin wurde ja getötet und keiner weiß, warum sie getötet wurde. Also ich weiß zumindest nicht. Ihr vielleicht schon. Ja, ich habe eine falsche Taste gedrückt. Ich gebe es zu. Und dann aufhin wurde sie getötet. Und dann war ich sehr... äh... 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 Achso. Ich habe gerade Mission mit Auftrag verwechselt. Kann mal vorkommen. Lieferan eliminieren. Das ist glaube ich noch zu schwer für meine... kleinen Küken. Wobei... Doch, das würde wenn ich... was wäre denn, wenn ich jetzt... die, die und die hinschicke. 89. Äh, das ist ein bisschen mager. Venedig. Doktor eliminieren. Das ist doch wieder realistisch. 100%. 87. 22. Zum Leben zu viel, zum Sterben zu wenig. Oder wie war das? Ähm... Ich weiß, es geht andersrum. Ich wollte mir was Lustiges sagen. Wie viel Zeit ich immer hier drin ver... Uh... Das kann ich vergessen. 8% super. Äh... Händler angreifen. Ja gut, das ist so ne... so ne... Baby-Mission für ein Baby. So. Für die Blonden. Also nicht Baby im Sinne von Baby. Dass man zu einer Frau Baby sagt. Was ich nämlich niemals sagen würde. Weil ich das total respektlos finde. Ähm... Aber so für Babys halt. So für junge... Für junge Babys. Halt. Ähm... Das wäre eine Idee, dass die den Herold eliminiert. Die gute. Oh, 92. Ja gut, das habe ich für ne Wahl. Ich könnte die beiden hin... Ha! Also für mich ergibt... Warte mal. Ich muss was nachgucken. 57 plus 42. Das ist für mich 99. Ich war nicht gut im Rechnen. Gut, dann haben wir halt 100. Mir soll es recht sein. Gut. So, ihr Täubchen. Süß kleines Täubchen. Rom, Spion verteidigen. Moskau. Maulwurf. Ist so ein geiles Wort, ne? Maulwurf. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll. Ich meine, das Tier an sich kenne ich, klar. Aber Maulwurf. Das ist einfach... Hat das jetzt mit dem Wurf zu tun, wenn Tiere werfen? Oder ist das der Wurf? Also wenn jetzt jemand... Wenn der Ezio ne Klinge wirft. Was ist damit gemeint? Warum Maul? Gut, das Maul ist schon recht groß vor den Maulwürfen, aber... Äh, 58... Ne, 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 ne. So Späßchen wollen wir gar nicht anfangen. Ich habe gerade Thorin gelesen. Statt Thron. Boah, ich labere so viel diesmal. Ähm... Ich bin gut drauf. Lasst mich. Essen vergiften. Das kann doch die... Kommt, ihr werdet jetzt zu dritt. Essen vergiften. Du. Du. Und du auch. Da. Und da habe ich noch... Na gut, das kann ich dann vergessen. Wurde ich noch eine Dreiermission machen? Hö, Dreier. Äh... Also nicht so eine Dreiermission. Sondern eine andere Dreiermission. Okay, ich habe keine Dreiermission mehr. Das ist echt schlecht. Da. Die Vorräte ausspälen. Das können die doch zusammen... Na toll, Dreier ist zu wenig. Also, beziehungsweise... Ach, nachts ist mir zu wenig. Ich bin da... Ja, der vorsichtigere Typ. Aber ich kann nichts machen mit denen. Toll. Gemeinsam kommen die auf 54. Ach, das ist mir, wie gesagt, nachts ist mir auch zu wenig. Was mache ich jetzt? Ich könnte eine Dreiermission... Ach, ich probiere es, komm. Hier, Orfeo, du... Ne, ich mache es anders. Ich mache es anders. Und zwar macht das jetzt nämlich die... Die Luciana macht das. 91, das dürfte eigentlich klappen. So, Maulwurf finden. Das macht die Annetta. Und den Orfeo behalte ich mal in Reserve. Für schlechte Zeiten. Gut, haben wir das auch geklärt. Jetzt holen wir uns die Flagge. War das nicht die Flagge, die wir schon mal probiert haben zu holen? Habe ich recht oder habe ich unrecht? Ich glaube, das war die, wo ich die These aufgestellt... ...habe, dass wir da ein besonderes Ausrüstungsstück brauchen. Das war das, ja. Aber ich wäre nicht der Alex, wenn ich es nicht trotzdem wieder probieren würde. Muss ich von hier... Gut, von hier komme ich ja da überhaupt nicht... Ne, da komme ich überhaupt nicht hin, so. Aber ich kann an der... An der Säule hochklettern, das weiß ich aber nicht. Okay, wenn du schräg springst, du Affe, dann... Also ich behaupte, wenn er gerade gesprungen wäre... ...hätte das klappen können. Das ist eine Behauptung von mir. Das sah für mich so aus, so von der Entfernung her. Ich hätte gedacht, ich brauche ein bisschen mehr Anlauf. Aber anschade zu brauchen wir auch keinen Anlauf bei solchen Passagen teilweise. Guck mal runter, hast du auch recht. Okay, doch. Alles gut. Nichts passiert. Warum habe ich mir das schwer getan letztes Mal, wisst ihr das? Okay. Aber das auch. Ich muss auch noch alles sammeln, die Dinger. Boah. Wir haben echt noch was vor uns. Das kann ich euch versichern. Das habe ich gemacht. Tunnel. Hier sind wir fertig. Hier habe ich noch einen offenen Auftrag. Jetzt ist hier das Unterschlupf. Da könnte ich normalerweise überprüfen, diese einzelnen Mini-Missionen, was ich da machen muss. Aber ich kann mich auch einfach hierher begeben zur Kortisanen-Auftragsstelle. Ich muss das irgendwie retten jetzt. Ja, mache ich jetzt auch. Dann mache ich den Kortisanen-Auftrag. Ich versuche jetzt so ein bisschen systematisch vorzugehen. Das wäre mal was Neues in meinem... Assessor-Squeed-Let's-Play. Ich habe mir das mal letztens... Da habe ich mir meine Trophäen mal angeguckt. Da sind die Trophäen. Ich habe mir die alphabetisch geordnet, die Spiele. Einfach mal so ein bisschen drüber geguckt, was ich so für Spiele gemacht habe und platiniert habe und so. Und da habe ich einfach mal die Liste gesehen unter A mit Assassin's Creed. Das sind einfach elf Spiele. Elf Spiele, von denen habe ich zehn platiniert. Das ist einfach nur krank. Also man könnte meinen, ich würde diese Spielreihe mögen. Könnte man so meinen. Aber was ja nicht heißt, dass ich ein guter Assessor-Squeed-Spieler bin. Um Gottes Willen, das ist wie ich nämlich nicht. Ich glaube, es kommt drauf an. Da habe ich so... Jeder hat so seine Stärken und Schwächen, glaube ich, in diesem Spiel. Ich bin jetzt zum Beispiel eher nicht so doll darin, wenn es darum geht, wirklich unterzutauchen und verdeckt zu bleiben. Das bin ich jetzt nicht. Ich bin eher der, der so ein bisschen Aufmerksamkeit erregt. Aber ich habe damals zum Beispiel, wo wir Assessor, also genau diesen Teil jetzt online gespielt haben mit ein paar Leuten, um die Online-Trophäen halt zu boosten. Da kann man ja gucken, in der Freundesliste, wer wie viele Kills am Stück hat. Diesen Trainingsmissionen. Die wir auch nochmal uns anschauen werden. Also haben wir ja schon angeschaut, aber nochmal intensiver irgendwann. Okay, ich glaube, es war unnötig, weil ich das gemacht habe. Nee, war es nicht. Ich rede kurz mit der. Ich bin aus des Bankiers Schuld in eure geraten und dafür bin ich euch dankbar. Wisst ihr, dass ich seit Monaten in keiner Taverne mehr war? Die Möglichkeit, etwas zu verändern, sticht jeden Umtrunk aus. Der Senator erzählte gerade von den Zusammenhängen an Cesares Hof. Maria sagte mir, dass ihr die ausländischen Botschafter getötet habt, aber die Nachricht von eurer Tat darf Cesare nie erreichen. Und die Höflinge, die sich mit den Botschaftern trafen müssen, ebenfalls weichen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Doch noch wichtiger, der Heerführer Prospero Colonna wurde gefangen. Wenn ihr ihn befreit, wäre das ein Tiefschlag für die Borgia. Es wird getan, mein Freund. Okay, also dem Miller Blackfing gefällt eine Aktivität von mir. Ich habe das eigentlich alles, dachte ich zumindest, deaktiviert, aber das habe ich nicht deaktiviert. Weil sonst gefällt nie irgendeinem, was ich tue. Aber gut. Also zumindest jetzt hier bei Playstation. Also ich muss mal ein paar Kortisan einsetzen. Ich muss gegnerisch untertauchen der Menge entkommen. Gut, Armbrust, die habe ich noch nicht. Okay, Leute im Bund. Ach, die Leichen verstecken. Okay, Wachen vergiftet. Boah, das würde ich eigentlich auch alles machen wollen. Davon präsiert ja jetzt nichts. Davon hat man ja prinzipiell Zeit, das zu machen. Aber ich kann es ja zwischendurch machen, da habe ich weniger später zu erledigen. Da brauche ich ja am besten irgendwie so eine Checkliste oder so. Da müsste ich mir irgendwie mal was hierhin machen. Keine Ahnung. Mal was ausdrucken oder so. Und das weiß ich ja nicht nur... Ach, er wieder. Nein, ich werde die nicht anrempeln. Mach ich nicht. Weil es gibt ja auch von den Söldnern und von den Diemen gibt es ja auch diese Mission. Und ja. Ich würde dann nicht weniger, wenn man... Okay, das irritiert mich gerade extremst. Ich würde nicht weniger, wenn man dann die alle sich so merken muss. Ich wollte noch was von Annabelle 2 erzählen. Und gerade habe ich auch irgendwas, damit ich mich auch so auch vergessen. Achso, dass ich die längste und mit Abstand längste Kill-Serie hatte in dieser Trainingsmission. Ich glaube, das ging, glaube ich, um die verborgene Klinge, meine ich. Weil da haben nämlich irgendwie alle... Wir haben ja dann auch per Headset miteinander kommuniziert. Da haben die halt gemeint, ich hätte halt so eine brutal lange Liste, also eine brutal lange Serie. Ich habe das aber überhaupt nicht so empfunden, weil ich ja denke, dass ich nicht so gut da drin eigentlich bin. Und da habe ich dann gefragt, ob die sich sicher wären, ob das wirklich so gut wäre. Und die haben gemeint, ja doch, also... Vielleicht war es alles schlechte Sense-Squeed-Spieler, keine Ahnung, aber... Ist ja auch schon ein Momentchen her. Und Annabelle 2, genau. Also, Puppe in Dämon, Entschuldigung, gefahren. Da ist ein Mädchen, das ist gehbehindert. Ähm. Ja. Und dann... Ist die im ersten Stock, in der ersten Etage. Und merkt, dass da halt was ist. Und dann will sie halt runter. Also die Treppe runter, wird quasi fliehen. Kann aber nur durch diesen Treppenlifter... Ähm, die Treppe benutzen, weil sie halt, wie gesagt, gehbehindert ist. Das geht zu uns nicht. Und dann fährt die mit dem Treppenlifter halt runter. Das Ding ist halt wirklich saulangsam. Und sie merkt halt, man sieht halt nicht, ob da was kommt. Sie... Also sie sieht es, beziehungsweise sie fühlt, dass da was kommt. Als Zuschauer merkt man das halt nicht. Oh. Oh. Machen wir einen anderen Mal. Ähm, ja. Und das Problem ist aber, dass auf einmal das... Wie durch Geisterhand... Dieser Trepplifter sich auf einmal wieder nach oben bewegt. Und sie kann einfach nichts machen. Sie sitzt einfach da drauf und hat einfach panische Angst. Und drückt da ganz wild auf diese... 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 Da rum, dass der... Dass das Ding wieder nach oben fährt. Das... Das macht es einfach nicht. Wenn es nicht so lustig wäre, wäre es traurig. Also im Endeffekt nimmt das auch kein gutes... So viel kann ich spoilern. Äh... Es nimmt dann kein gutes Ende für sie. Das ist eh ein ziemlich düsterer... Hat er eigentlich ein Happy End? Weiß ich gar nicht. Ein sehr düsterer Film. Ich mag den Film auch, muss ich sagen. Den ersten Teil fand ich echt... Blöd. Warte mal, warte mal, warte mal. Fahre ich... Bin ich überhaupt hier gerade richtig? Was mache ich hier? Ist doch richtig, oder? Hä? Ich bin doch in der Mission... Bin ich in der Mission nicht mehr drin, oder was? Verstehe das gerade überhaupt nicht, ne? Ich dachte, ich hätte... Ich war gerade in der Mission drin. Okay, ich habe es mir nicht verstanden. Na, ist egal. Wenn wir mal hier sind... Den 2 finde ich deutlich besser. Ist ja vom... Stammt ja vom Conjuring-Universum ab. Ich muss noch auf den Nun gucken. Da bin ich mal gespannt. Ich habe nicht unbedingt... Nur Gutes über diesen Film gehört und gelesen. Ja, und Conjuring sind beide Filme. Wirklich finde ich beide gut. Also den 2 noch ein bisschen besser als den 1. Ezio, der Papst hat von unserer Arbeit erfahren. Er bereitet einen Kurier in die Romagna vor. Wenn Cesare ahnt, dass seine Anhänger ihm den Rücken kehren, besetzt er die Stadt mit Truppen. Nehmt dem Kurier den Brief unbemerkt ab. Bringt ihn mir und ich fertige eine Fälschung an. Wir sorgen dafür, dass Cesare seinen Bericht erhält. Die Zinker. Dem Kurier einen päpstlichen Brief stehlen, eine Fälschung anfertigen und dann dem Kurier die Fälschung unterschieben. Die Mission in weniger als 2 Minuten und 20 Sekunden... Oh, ich hasse Zeitlimit. Ich hasse es. Oh Gott, das werde ich eh nicht schaffen beim ersten Anlauf. Fand ich ja da auch wieder... Ich muss ja da wieder einigermaßen unbemerkt bleiben. Ich habe es gerade noch thematisiert. Boah, so ein Pferd wäre eigentlich geil, ne? Ich probiere es einfach mal ohne Fähigkeit. Ich weiß nicht, wie weit der Typ weg ist. Ich muss eh neu spielen. Ich weiß das. Dämliches Pferd, ey. Dämlicher Reiter. Reiterin. Wieso? Alles gut. Pferd rufen. Ach, die ist da vorne schon. Dann kann man das doch schaffen, ohne Pferd. Warte mal. Wo kommst du denn hierher? Du bist schneller als ich. Ja, mach hin. Ich habe nur 22 Zeit. Bringt den Brief zurück, bevor der Diebstahl bemerkt wird. Cesare wird hoch erfreut sein, dass in Rom alles gut läuft. Ja, das ist auch schön. Okay, ohne Pferd kann man das glaube ich nicht schaffen. Ich habe aber vergessen, wie viel ich am Anfang hatte an Zeit. Okay, ich brauche ein Pferd. Das Problem ist, ich habe Angst. Ach du Scheiße, wie weit ist der denn weg? Alter Schwede. Ich glaube, ich starte hier einfach nur die Mission jetzt schon. So. Übrigens halt 28... Ja, kann ich aber vergessen. Ja, ich muss aber jetzt hier hochklettern. Nee, nee, ich mache es neu. Na gut, 220. Dann könnte ich das eigentlich noch in diesem Part machen. Ich habe Hunger. So. So, Pferdchen. Schattenfeld. Zeig uns, was Eile heißt. Was zur... Pferdchen. Du blöder... Ich wollte gerade sagen, blödes Kamel. Das ist ja ein Pferd. So, komm. Komm schon. Okay. Ja, ich hätte erst runter... Äh, nein. Runterklettern müssen. Das hätte vielleicht Sinn ergeben. Ja, ich weiß. Aber meine Let's Plays sind nicht gerade mit Sinnhaftigkeiten gespickt. So. Also. So, jetzt aber. Oh, wieso kommt der... Ei... Danke. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Guck euch... Ha! 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 Andiamo! Also, es war dem... Dem Pferd sein Ernst. Aber... So. Und für die paar Meter brauche ich jetzt kein Pferd. Ich werde es eh sowieso nicht schaffen. Ich meine, das ist uns ja allem klar. Wollen wir ja gar nicht jetzt hier groß rumrätseln. Kann ich das überspringen? Nein, kann ich nicht. Na, nur einen. Wir wollen jetzt nicht affig werden hier. Bringt den Brief zurück, bevor der Diebstahl bemerkt wird. Cesare wird hoch erfreut sein, dass in Rom alles gut läuft. Ei, logisch. So. Da ist doch gerade schon ein Pferd. Ich meine, das ist einfach... Ein größerer Wink... Und einen größeren Wink kann es nicht geben, als dass das Pferd da schon wirklich steht. Die Frage ist natürlich jetzt nur... Kann man nicht irgendwie schneller reiten? Ne, ich glaube nicht. Ah! Sehr geil. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Gut. Dann gehe ich jetzt zum anderen Ort und werde den Part beenden. Äh, nein. Also muss ich auch noch machen, diese... 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 Subjekt-Dinger. Oh, Hauptmissionen können wir eigentlich direkt starten. Dann machen wir gerade, komm. Kostet ja nichts. Wo ist das? Geht es zum Markieren, war so unnötig, ne? Das war einfach nur unnötig. Wer ist da? Ich grüße euch auch. Ätio! Ich hatte mein Weib erwartet. Irgendwie überrascht mich das nicht. Die verfluchten Franzosen setzen uns zu. Erzählt mir vom General, diesem Baron de Valois. César, der überzeugte König Ludwig, ihm eine ganze Armee zu leihen, um mich zu besiegen. Das schmeichelt mir. Wo kann ich ihn finden? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich Valois am Kragen habe. Wir schlagen sie zurück. Sie scheinen näher zu kommen. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Schließt die Tore! Bene, vielleicht könnte ich etwas Hilfe gebrauchen. Die drei Tore in die Kaserne herablassen. In die? In der? Um zu verhindern, dass die französischen Tromniker seine Obern keinen Schaden heben. Ja, genau.